So, wir checken jetzt mal ab. Hier ist ein Mikrofon am runterfallen. Nämlich der Shorty mit Blockkinder. Das Mike brennt. Wisse, zum Beispiel bei Shorty. Die Videos haben nicht so eine geile Qualität und so, ja. Sind aber trotzdem cool. So. Aber der Sound ist cool. Sound ist nice. Kann man sich auf jeden Fall gut geben, ja. Mit den Nikes auf Asphalt und in Schädel voller Tillie-Deal. Keiner geht hier Arbeit, doch alle wollen Kies. 23 Jahre, aber immer noch dasselbe Spiel. Hucke für die Straßen, Bruder, immer noch im Herzen. Samsung bleibt ab Flugmodus. Es bleibt immer noch dasselbe Spiel, immer noch im Herzen. Ja, Mann, gell. Und dann noch mit den Tillie-Dean. Aber immer noch dasselbe Spiel. Keiner geht hier Arbeit, doch alle wollen Kies verdienen. Keiner geht hier, alle hier auf Tillie-Dean. Keiner will hier arbeiten, doch alle wollen Kies verdienen. 20 Jahre, aber immer noch dasselbe Spiel. Hucke für die Straßen, Bruder, immer noch im Herzen. Samsung bleibt ab Flugmodus. Heuchler rufen ständig an. Keine Zeit für solche Ratten, Frate. Nein, ich geh nicht ran. Alte Schule so wie früher. Ja, verdammt, ich steh mein Mann. Bleib loyal zu meinen Brüdern und das auch mein Leben lang. Öffnen keine Türen. Nein, wir treten sie ein. Damit du weißt, was es heißt, in meiner Gegend zu sein. Du siehst uns ab... Wir öffnen keine Türen. Nein, wir treten sie ein. Damit du weißt, wie es ist, in meiner Gegend zu sein. Ja, geiler Flow, Mann. Auf der Straße, wie wir gerade Zehner verteilen. Und wenn ich muss, dann geh ich rein, denn ich leb nicht in Scheiß. Ich geh durchs Leben verpeilt, doch mit dem Plan jetzt nach vorne. Weil ich die Kids aus meiner Gegend mit dem Parti versorge. Ich sitz im Park und rauch Jordan. Ich hab die passende Formel. Und fick hier deutsch und rapp mit meiner Gang schon fast wie ne Orde. Ey, wir sind Blockkinder und achten nie an Erfolg. Wollten nur raus aus der Gegend und haben nie was bereut. Denn wir sind Blockkinder. Verdammt, ich spür wie es läuft. Jetzt sind die Platten bald Gold und ich mach Papaya stolz. Denn wir sind Blockkinder und achten nie an Erfolg. Wollten nur raus aus der Gegend und haben nie was bereut. Denn wir sind Blockkinder. Verdammt, ich spür wie es läuft. Jetzt sind die Platten bald Gold und ich mach Papaya stolz. Hennessy und Whisky, weil ich's liebe. Ey, ja, Bushido-Beat, ja, könnte man schon sagen. So Bushido-Type-Beat. Aber der kommt sehr gut darauf. Klar, die Qualität des Sounds ist immer noch nicht so geil. Also da muss auf jeden Fall nochmal die Betonung, also die Doppler, die müssen auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr in den Hintergrund und vielleicht noch ein bisschen richtig geschoben werden. So, aber klingt trotzdem so dreckiger Sound irgendwie. Und das feiere ich irgendwie trotzdem mal. Weil es halt nicht so perfekt ist, aber es passt irgendwie. Video ist cool, auch wenn es halt auch nicht die beste Qualität hat, so. Aber es macht einen coolen Eindruck irgendwie. So, von der Message ist nice. Ja, einfach hier, wir sind die Blockkinder so, weißt du, wir bleiben so. Hier, ich zeig' euch alles, was zu meinem Blog passiert. Coole Hook auf jeden. Na, Hennessy und Whisky, weil ich's liebe, wenn es brennt im Hals. Das ist aber auch geil. Zeige kein Benehmen, denn das, was ich in meinen Tracks erzähl, hab ich auch erlebt. Yeah. Äh, das sind, das sind richtig nice Words. Komm und geh'n, ihr seid alle für mich fake. Mal nicht scheiß auf eure Meinung und geh' weiter mein Weg. Mal Büro und Wodka eh. Lass mir mal was dran am Check. Glaub mir, man, ich zieh' so lange, Bruder, bis ich alles drehe. Abgedreht im At-Coupé. Ich hack' angehen bis abends zehn. Endlich ernten, was wir sehten. Endlich mal die Hand im Gate. Endlich mal ein Team gefunden, mit dem es nach oben geht. Alle anderen können sich ficken, weil ich weiß, dass es auch ohne geht. Weil ich weiß, sollte wirklich mal die Zeit sein, wo man oben steht. Dass sich bei euch in dieser Zeit dann alles nur im Kohl dreht. Ey, wir sind Blockkinder und achten nie an Erfolg. Wollten nur raus aus der Gegend und haben nie was bereut. Aber es geht immer um Geld. Hundertprozentig, ja. Und es ist aber auch nice, hier zum Beispiel. Endlich mal ein Team gefunden, mit dem... Warte, hier. Lass mir mal was dran am Check. Glaub mir, man, ich zieh' so lange, Bruder, bis ich alles drehe. Abgedreht im At-Coupé. Ich hack' angehen bis abends zehn. Endlich ernten, was wir sehten. Endlich mal die Hand im Game. Endlich mal ein Team gefunden, mit dem es nach oben geht. Alle anderen können sich ficken, weil ich weiß, dass es auch ohne geht. Weil ich weiß, sollte wirklich mal die Zeit sein. Wo man oben steht, dass sich bei euch in dieser Zeit dann alles nur um Kohl dreht. Ey, wir sind Blockkinder und achten nie an Erfolg. Wollten nur raus aus der Gegend und haben nie was bereut. Denn wir sind Blockkinder, verdammt, ich spür' wie es läuft. Jetzt sind die Platten bald Gold und ich mach' Papa jetzt stolz. Ey, wir sind Blockkinder und achten nie an Erfolg. Wollten nur raus aus der Gegend und haben nie was bereut. Denn wir sind Blockkinder, verdammt, ich spür' wie es läuft. Jetzt sind die Platten bald Gold und ich mach' Papa jetzt stolz. Macht man natürlich auch. Das finde ich nice, man. Da sieht man einfach so, haben wir zwar nicht die krassen Videos, aber trotzdem cooler Rap, ja, cooler Track. Klar, am Sound kann man auch noch ein bisschen mehr schrauben, so. Aber ey, trotzdem hauen die raus und es klingt geil, ja. Deswegen ey, nice, alter. Schöner Underground Shit, ja. Auch textlich feiere ich es. Coole Hook. Hier auf jeden Fall ein Like und natürlich auch ein Abonnement. Dann teilen wir das ganze Ding auf, ja. Hier ist der Link. Checkt es auf jeden Fall ab. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abonnement. Yeah. Hier gibt es natürlich auch meine ehrliche Meinung dazu, so. Aber ey, sowas feiere ich, man. Sowas finde ich cool, ja. Und wir haben hier wirklich sehr viele gute Newcomer am Start und Underground Artists, ja. Wo man wirklich sagen kann, so ey, hier ist auch eine bunte Mischung. Ja, hier ist nicht immer dasselbe. Sondern hier gibt es wirklich für jeden etwas, ja. Das ist schön. So sollte es auf jeden Fall sein. Immer schön breit gefächert, das ganze Ding. Weil ich mich auch nicht komplett nur auf Rap orientieren, sondern auch natürlich auch andere Genres, ja. So Reggae, einfach ein bisschen Dancehall, ein bisschen, ne, ein bisschen moderner und sowas, ne. Alles nice. Aber nicht wie ihr jetzt meint, ne. Moderner, Biontech, ne. Das ist hier was anderes. Neisser Song, aber irgendwie finde ich das Video asynchron. Ja, das fand ich jetzt nicht so. So, 80er Synthwave Vibes Kicken. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob das kickt. Warte, ich muss das mal hier, ne Nackenpolster hier, das ist das mal kickt, ja. So, müssen weitermachen, Mensch. Ich bin viel zu viele Monologen unterwegs. Oh yeah. Ich mach Monologe ohne Droge. Yeah. Ich 나가 da fast in Wachstumge. Ich mache das damit auf 아빠 zu gemseln. Ich mache dasSurrealm mit dem Sowjetaten.